Hi und herzlich willkommen, euer Voicecrack des Todes. Jetzt ist egal, jetzt bleibt es drin. Ich habe schon wieder das Intro extrem verkackt. Ich sitze hier schon wieder seit einer Viertelstunde und versuche ein Intro einzusprechen und kriege es einfach nicht geregelt. Also, pass auf. Wie ihr wisst, gebe ich ja Handshowdown-Turniere. Das war jetzt am Samstag, dem 28., also vorgestern für euch, das sechste Handshowdown-Turnier schon. Und dort gab es, beziehungsweise gibt es Preise im Wert von über 300 Euro. Die Auswertung zum Turnier ist schon fertig, aber ihr bekommt die erst Ende der Woche hier zu sehen. Deswegen zeige ich euch jetzt davor unsere Runden. Ich glaube, es ist mega spannend zu sehen, wie viele Punkte wir haben. Ich zeige euch dann Tag für Tag eine Runde und dann seht ihr, wie viele Punkte wir bekommen haben. Und dann seid auf die Auswertung gespannt. So, genug gespafelt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wird mich über einen Kommentar von Algorithmus freuen. Ein Like wäre sensationell. Und die Leute, die noch nicht abonniert haben, worauf wartet ihr denn? Ich habe was vergessen, dass es mir währenddessen eingefallen ist. Tut mir so leid. Und zwar, der Daniel, der Ghost und ich haben diesmal zusammengespielt. Der Ghost, ein ganz lieber Kerl. Wir haben tatsächlich zum allerersten Mal zusammengespielt. Den könnt ihr auch gerne mal besuchen. Den verlinke ich unten. Der streamt auch auf Twitch. So, und jetzt viel Spaß. Haut rein. Ja, die Rahmen können uns egal sein. Weil wir wollen ja einen Fight. Ja, aber wir wollen keinen Fight, wenn wir nicht mit rechnen und andere es vorher wissen. Ja. Gehst du dann mit dem Nachteil einen Fight, weil die wissen, wo wir langlaufen. Umgekehrt nicht. Ja, gut hast du auch wieder recht. Würde die Gegner schon gerne zuerst sehen. Oh, der sieht gut aus. Upper. Okay, genau. Lass uns Upper gehen. Links ein Pferd gehört aus Westen. Ja, ich auch. Der ist geholt. Wow. Ash oder? Ja, ich hätte Church gesagt, ne. Weil die Raben, äh, nicht die Raben, sondern das Pferd war links. Sind wir zumindest hinter denen her. Section. Hm, egal. Pferd ist hoch. Die sind hier lang gelaufen. Ja, das Pferd ist hoch. Der Boss ist nicht hier. Gut, dann können die vielleicht anfangen, den zu machen. Und wir pfeilen den Rücken. Raben hinter uns? Ja. Wie gesagt, von... Osten. Wo denn? Ich höre doch Raben. Keine Ahnung. Der, vom Osten. Achso, nee. Da waren auch irgendwo Raben. In der Nähe. So, dann lass uns... Ja, aber es macht keinen Sinn, dass die Reels laufen. Am besten für uns wäre es natürlich, wenn keiner vorher einen Fight hat. Und wir alle Gegner bekommen. Wir nehmen es hin, wie es kommt jetzt. Ja. Kannst du es eh nicht beeinflussen. Hallo, Hopsen. Ich könnte zwischen... Habt ihr gehauen gerade? Nein. Dann hat es vor mir gehauen. Ein weiblicher Charakter. Denke ich mir, dass die dort sind jetzt. Können gerne den Boss machen. Ja. Ja. Ich sehe die direkt vor mir. Drei Mann. Schießen? Nee, nee. Warte noch, warte noch. Lass sie vor. Sei mal leise, leise. Nur wenn du einen 100% sicheren Shot hast. Hab ich nie. Selbst aus einem Meter nicht. Hier sind es immer noch einer oben drin. Gerne. Ja, müssen wir ran. Ich gehe links rum. Ich bin drin. Mach auf. Machst du auf. Ja. Der zieht... Boah. Schroppwinte. Ich muss mich heilen. Ich glaube, ich kann da auch nicht um die Ecke, da habe ich einen Nachteil. Ich glaube, ich glaube ein anderes Team aus Osten. Scheiße. Habt ihr Info? Ich weiß nicht von wo. Osten. Anderes Team, weiß ich gerade nicht. Aus 10 Metern wurde ich gefühlt. Das war das Team. Aus 10 Metern? Ja. Ich muss irgendwie runter geamakt haben. Keine Ahnung. Kenn die Map nicht. Okay, krass. Ich habe den Ecke. Ich würde dich mal holen. Ja. Das ist ja gut. Mach das ja. Dach dir vorher Bescheid. Ja. Jetzt. Jetzt hole ich dich. Danke. Ich bin auch unten drin. Oh, die alten Letzten sind schon in Ruhe. Ich habe keine Chance gehabt. Heile mich gerade noch. Ich kann auch nicht. Oh, hinter mir, hinter mir. Nein, die Schwinde. Die geht nicht. Alter, Schwede. Einer war direkt an der Treppe, Daniel. Die magst du meiner Leite. Ich bin jetzt wie gut. Außen rumlaufen, oder? Nein, 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 nein. Wohin? Da hoch, oder was? Nein. Gerade durch. Da hoch. Da lang. Und jetzt links. 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 Kann ich mit dem Mikro holen? Nee, warte noch. Der saß da auf der Treppe. Der muss da irgendwo sein. Vielleicht oben. Der ist tot. Da liegt er. Kannst du mich holen. Ich habe einen geholt. Ich habe den geholt, Daniel. Ja, das war der. Aber da hat noch einer geschossen. Der schoss, bitte. Wir müssen die Spinnen machen. Hast du, ähm... Vicky, ja, ja. Vielleicht muss er mich treffen, ja. Nein. In den letzten Moment springt sie weg. Oh, ich kann den, glaube ich, gleich. Oh. Da läuft noch einer, was? Vorsicht. Oh, ich bin fast tot. Die ist aus, die? Das war die, die ist Vicky. Die sind oben auf dem Dach. Oh Gott, die Spinne macht mich gleich kaputt, ne? Die ist hier weg. Ja, wir müssen hier raus. Das macht ja auch keinen Sinn, so. Und die Frage, woraus? Hier. Ab ein. Sehr schön. Nice. Machst du mal auf die Tür wieder? Hast du Muni-Kisten dabei? Ja, die liegt hier. Lass uns die Spinne mit der Avto töten. Ich weiß noch, vorher drauf. Beide? Ja. Okay, dann... Nicht rausgehen, da hinten sind welche. Nein, ich weiß. Die liegt aber an der Kiste. Dann ist die Spinne bei dir, ja, ne? Ja. Ich bin aber gerade raus, weil ich will nicht noch mehr Heilung verschwenden. Ich habe Feuer. Ja. Würde ich hier vor das Fenster schmeißen, wenn die Spinne da lang geht. Da kann wenigstens keiner rein. Ich bin immer noch im Norden, wie es mit einem Panzer sind. Schieß mal, Daniel. Verband ist sofort in Slow. Ich mach Rollsword zu. Und eine ist hier unten. Oh, Alter, ein AP. Drin? Nee, ne? Nein. Da war er gewesen. Fax. Mach's Rollsword zu. Da hat er einen AP, Alter. Dahinter. Einer kommt close, glaube ich. Der ist da immer noch. Hm, gesehen. Der fehl ist, glaube ich. Hat Hit. Oh, Mann, da ist einer. Ihr könnt die Tür zumachen, könnt mich holen. Na, der hat einen Hit. Komm. 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 Du musst dich aber vor mich stellen. Ach, du. Danke. Nerven was? Hm. Hier ist auf. Okay. Der Typ hat wieder gelebt. Der krabbelte hier einfach entlang. Boah, hier war einer. Hab ich ihn auch? Weiß ich nicht. Könnte hätte schon gewesen sein, aber... Ja, hol mich. Ja, warte, warte, warte. Der hat hier... Jemand hat Necro und... Ähm, kannst... Kannst du den Typ mal bewachen? Hier, bitte? Ja, hinten die Tür ist auf, ne? Hier ist einer close. Einfach nur mal bewachen, kurz. Ich versuche Daniel zu holen. Ich suche den Namen, vielleicht hab ich was zum Schmeißen. Ich kann Necro versuchen, Daniel. Ja, mach mal. Sicher? Der steht da. Ne, ich brech ab. Der ebt das ab. Wie lange der hustet? Ich glaube, er ist weg. Ja, ich glaube ich auch. Naja, er hustet wieder, ne? Oh nein. Halb. Du hast einen großen Ball, du kriegst die locker weg. Ich glaube, die kommen hier hinten rein? Ja, ich... Mach mal mit dem Typen hier. Hm? Ja, bleib mal, bleib mal. Leg da Fallen hin. Warte mal. Du suchst Rötzeln nochmal mit mir vor, ne? Leck da zwei Fallen hin. Okay, den informieren wir uns wieder und los. Ja. Weg dann. Hast du Anti-Druck? Ne, ich versuch's. Okay. Ich drück die Daumen. Ja, merci, 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 merci. Ich hab aber auch keine Spritzen dann für mich und so. Ja, ich heil dich dann. Südwesten einer, ähm, Nordwesten 315 einer und zwei auf Nordosten 60. Ich hab vier kleine Balken, Gott sei Dank. Vielleicht kann ein paar mal sterben. Hier hinten ist einer. Weiß nicht, ob ich den einen da hatte, ne? Das sah danach aus. Macht denn die Bounty? Die Bounty kommt. Ja, die ist bei uns. Das ist sehr gut. Eigentlich nicht schlecht, ja. Na guck mal, hier ist Feuer. Bounty ist weg. Ne, nicht anbrennen den Typen. Wir brauchen ja die Kills. Hä? Die Kills kriegst du ja trotzdem. Achso, wenn er wieder aufsteht. Wenn er wieder aufsteht, ja. Umso öfter er aufsteht, umso besser ist es für uns. Ich mein, wenn jetzt wirklich gar keiner rankommt, aber hier kommt ja die Bounty, dann können wir immer noch verbrennen. Muss halt nur jemand gucken, wenn da der Nekro aufsteht. Ich hab da zwei Fallen hingeregt. Also normal müsste man direkt verrecken. Ja, okay. Problem ist, ich hab nicht mehr viel Munition, ne? Das Bounty-Team müsste aus dem Norden kommen, von den Blitzen her. Ja, wie gesagt, ja gut. Was für Waffen hier liegen? Hier liegt ne Vetterli und ein Scotten, der kann's nix tauschen, ne? Ne, leider nicht. Eine Moon-Kiste, ich mein, ich kann mit Sicht gucken, wenn süden keiner ist, da hab ich ne Moon-Kiste vor mir liegen. Ja, ne, wenn gar nix mehr geht, dann... Ja, ich seh nur noch die zwei hier hinten. Also die Moon-Kiste hier müsstest du dann holen können. Es sei denn, es wird abgesnipert. Die liegt quasi direkt hier... Äh, was heißt denn da hinten? Richtung? Wo liegt die? Die liegt hier. Die Gegner wo? Ganz hier raus und direkt dran. Äh, was hatte ich gesagt? Hier, äh, 60, 75. Ja, da wo schießt du, ja. Die anderen sind wahrscheinlich zurückgegangen. Und die andere ist, äh, hier oben drauf. Außen. Die müsste theoretisch auch holbar sein. Ne, leider nicht, also noch, ich bin voll wieder. Oh, da gehen die an uns vorbei raus. Wenn die fighten, müssen wir eigentlich dran, ne? Ja, die wollen raus. Oh, lass uns hin. Ganz am Rand. Oh ja, es ist garantiert, dass die raus wollen. Das macht schon schon keinen Sinn. Habt ihr Infos? Ich grüße, ne? Da wo es ballert. Das ist hier gar nichts. Das liegt schon so weit weg. Okay. Dann lass uns den Ausgang dicht machen. Lass uns den Ausgang dicht machen. Ja. Ja, das tun wir machen. Aber vielleicht nicht so hinstellen, dass das Pferd dann wirrt. Oder das Schiff oder was es ist. Das Schiff wirrt nicht. Ja, wir sollten so halb, also nicht direkt ans Schiff gehen. Naja, eben. Schon so ein bisschen so, dass wir die kriegen, weil die schießen sich ja gegenseitig tot. Das ist nicht gut für uns. Wir brauchen ja die Kills. Alter, geht's da ab. Wie viele Sekunden hast du noch, Daniel? Fünf. Ich seh, die Blitze sind genau vor uns. Das Problem ist, ich muss mit einem One-Shot gegen den Langmarfer. Ja, ich auch. Willst du gleich nochmal gucken? Soll ich gucken? Ja, ja. Fünf Sekunden. Warte. Alles auf 30, 15 bis 45, 4, 5 Flecke, das können auch mehr sein, wenn sie aufeinander stehen. 15 bis 45 verteilt. Die Sparks ist da hinten irgendwo vom Schuss her. Jan dürfte schon ziemlich close sein. Direkt vor mir. Oh nein. Ich bin vom Mausbett runtergerutscht. Ja, hinter. Ich werf Bienen rein. Vorstellen geht er da auch nicht wirklich, ne? Probier's. Geht, geht, geht. Komm. Einer down. Wenn der Nebel nicht wäre. Hier ist irgendwo einer. Da ist einer. Hit. Kann ich pingen? Oh, man kann sich pingen. Leute, wir müssen da angreifen. Da läuft er. Guck nochmal. Ähm, zwei Leute noch. Einer auf 300, der andere auf 30. Einer ist hier vor mir, gell? Ja, 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 ja. Ja, der läuft da lang. Ab ihn. Sehr schön. Guck nochmal. Ja, die Bounty ist da. Einer auf 45 Uhr. Sauweit weg auf 45. Ich loote für, äh, Dingens. Ich würd nicht looten. Nicht. Ja, du sitzt, naja, wohl geht. Ja, der war sauweit weg. Ich hab das ja gesehen. Ich hab ja geguckt, war... Weit auf 30. So weit ist der nicht weg. Der ist direkt hier in der Ecke. Dann ist er ran gelaufen jetzt. Infos? Ja, hier unten drunter. Äh, auf 330. Ich seh ihn nicht. Hinter den Gleisen. Da. Studio lösen. Sehen. Hab ihn nicht gebrochen. Hab ihn immer noch nicht gebrochen. Ja, ich bin weg. Krass. Hab ihn. Oh, Gott sei Dank, ey. Sehr schön. Liegt er denn? Dankeschön. Ja. Hat ja auch keine Muni mehr gehabt. Äh, loote mal. Komm her, ich hab Geier. Ich hab auch Geier. Durch kleine. Ah, klar. Da haben wir doch unsere erste richtig gute Runde. Ja, Leni, fast hätten wir sie liegen lassen. Ja, das war schon mal eine sehr gute Runde. Doppel-Bounty und ein paar Kills gemacht. Sensationell. Einige Kills, ne? Bis mal Foto machen? Ja, natürlich. Besser wird's nicht. Das war's für beste Runde, glaube ich, für heute. Ja, den hab ich schon mitgerechnet, Moda. Aber es ist schon aufregend, Turnier zu spielen, finde ich. Also es ist viel, viel anders. Also man spielt's ganz anders als, ähm, normale Runden. Geht's halt auf Blut, ne? Sechs, wie ich gesagt hab. Echt? Ja, ich hab von Team 2 den einen. Oh, picture. Das war ein super Einstieg in das Turnier. Wir haben Doppel-Bounty rausgeholt. Das sind 20 Punkte und haben sechs Kills gemacht. Dann haben wir insgesamt 32 Punkte gemacht. Das war schon mal richtig, richtig krass. Beim letzten Mal, das weiß ich noch, beim Turnier, das hat total beschissen angefangen. Ich glaube, das hier... Wir hatten davor schon eine Runde gespielt. Da hatten wir ein Spawn-Fight und da hatten wir nur ein Boss. Und ein Boss bedeutet eigentlich rausgehen. Weil ich weiß, wenn die vier besten Screenshots gewertet werden, brauchen wir Doppel-Bounty. Ganz, ganz zwingend. Und, ähm, da sind wir raus, aber wollten wir raus. Und da hatten wir ein Spawn-Fight und dann kam noch ein zweites Team hinterher. Das fing total doof an. Das hat ewig gedauert. Und dann kam diese Runde. Und, ähm, ich sag mal, mit so vielen Punkten zu starten, Doppel-Bounty, sechs Kills, sensationell. Für die Leute, die es nicht wissen, ähm, es werden die vier besten Runden, werden gewertet, die man spielt an dem Abend. Man hat drei Stunden Zeit, eigentlich dreieinhalb, von 20 Uhr bis, ähm, 23.30 Uhr. Um 23.30 Uhr müssen die Screenshots, beziehungsweise die Fotos bei mir sein mit den Beweisen. Und, ähm, ja, jetzt habe ich den Faden komplett verloren, weil der Hund hier hinter mir rumdackelt. Ähm, ja genau, und für jeden Kill gibt es zwei Punkte und für jeden Bounty-Token gibt es fünf Punkte. Das bedeutet, wir haben Doppel-Bounty rausgeholt, das sind 20 Punkte. Und sechs Kills gemacht, habe ich eben schon gesagt, zwölf Punkte. 32 Punkte für den Anfang, das war doch ein geiler Start. Ähm, seid gespannt, wie es weitergeht. Ähm, wie gesagt, ihr seht jetzt unsere Runden. Und dann Ende der Woche seht ihr die Auswertung. Ähm, ich habe auch eine super, super spannende Idee für die Auswertung. Aber ich möchte nicht zu viel verraten. So, und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Denkt an mein TeamSpeak, das ist unten verlinkt. Genauso wie Game.de. Könnt ihr immer besuchen, wenn ihr Bock habt. Könnt auch Game.de gerne mal besuchen. Gerade, wenn ihr selber TeamSpeak machen wollt, Root-Server, Games-Server, Web-Server, etc. sucht, seid da an einer super Adresse. Holy Energy ist, äh, ist unten verlinkt. Mein Partner, die, ähm, ja, wenn ihr eine gesunde Alternative zu Redding, Bull oder Monster und so weiter sucht, ähm, ohne Zucker, ohne jeglichen Scheiß. Ich war total abgelenkt von Hund und Katze. Die stehen beide hinter mir und tränen komplett am Rad. Es tut mir wahnsinnig leid. Ähm, unten sind die verlinkt. Holy Energy und zwei Rabattcodes. Könnt ihr euch mal angucken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr darüber was bestellt. Dann kriege ich so ein kleines Zubrot. Ähm, mein Discord ist verlinkt. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und wir sehen uns heute ab 14 Uhr auf Twitch oder morgen früh. Das zum nächsten Video ab 9.30 Uhr auf YouTube. Haut rein. Tschüss.